Was geht YouTube? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Heute ist der nächste Teil der Funny Moments in der Kampagne in Modern Warfare. Falls ihr noch eine Folge sehen wollt, ihr wisst, die 12.000 Likes müssen geknackt werden. Danke, dass das letzte Video so krass angekommen ist. Verlinke ich euch nochmal die letzte Folge und das Video von gestern. Und dann würde ich auch sagen, viel Spaß bei dieser Folge. An der Stelle mal ganz dreist gefragt, habt ihr eigentlich schon eure Too Easy Cap? Habt ihr die schon, Digga? Oder ein Scarf vielleicht mit 5% mit Code Scorpion? Also ich mit mir. Ja, ich hab jetzt verstanden, wie so ein Panzer funktioniert, Mann. Übrigens, Leute, es ist meine Gameplay flüssiger geworden und die Facecam. Ich hab jetzt meinen ganzen Zettel noch ein bisschen verbessert. Also, Leute. Oh Gott, ich werd fast so ein Panzer überfahren. Also, Leute, bei mir läuft jetzt alles sehr flüssig. Ja. Wo sind die Hubschrauber? Nein, nein. Hä? LOL. Ich bin so tot. Ich bin so tot, Alter. Mann. Oh, die Abschlusskette ist real, Alter. Lol, der fällt einfach... Oh, no, turn on. Ich hab übrigens neulich auf Facebook den heftigsten Turn an aller Zeiten gepostet, Leute. Hä? LOL. Wieso machen? Du bist ein Tier. Achso, da ist noch einer. Oh. Lass... Ich glaub's nicht. Die waren direkt neben mir, ne? Ich bin einfach zu dumm. Hä? Ich spawne? Das ist ja schlimmer als ein Multiplayer und werd direkt angeschossen. Oh, er fällt. Wuuuuh. Fuh. Auf einmal juckt die nicht. Wuuuuh. Mein Bein juckt, dass es im Krieg wichtig ist, dass man da auch kratzt. Oh. 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 Okay, ich bleib so. Ich bleib hier. Ich bleib hier. Ich bin so. Ich bin tot. Nate zurückwerfen. Oh. Ich dropshotte die in der Kampf... ...als ob das... ...als ob im echten Leben einen Mensch dropshotten würde. Ja, die Scheibe ist absolut... ...die bauen hier mitten irgendwo, keine Ahnung, die heftigste Scheiben der Welt. Ich komm hier schon wieder nicht raus, Leute. Es ist wie immer. Okay, Leute. Wir hatten hier gerade einen Notfall. Deswegen kann ich jetzt erst weiterspielen. Sonys Beine sind nämlich eingeschlafen. Komplett. Ich hatte kurzweilig, ob ich die Polizei anrufe. Ich bin der größte Spaß der Welt, Leute. Ich müsste da hoch. Ich bin jetzt aber runtergesprungen. Obwohl man das gar nicht soll, muss jetzt einmal eine komplette Runde laufen. Ich versuche, dass er genau auf mir landet. Gucken, ob das geht. Oh Gott. Es geht. Hallo. Hier ist ja noch einer. Turn of my life, Alter. So, Leute. Zweiter Versuch. Nur Spaß. Okay, es scheint sowieso gerade auch rumzugehen, diesen Al-Assad zu jagen. Und anscheinend wissen wir jetzt, wo der ist. Und versuche ich ihn jetzt zu holen, damit wir so ein bisschen Storybanks drin haben. Alter. Wie wir uns erwarten hier. Alter. So was Glück zeigen wird. Oh mein Gott. Hätte man nicht drum rumfahren können, oder? Sieht irgendwie schwul aus. Ja, da soll ich lang. Wo soll ich lang? Zeigst du mir nochmal? Ah, okay. Jetzt weiß ich. Ich pushe schon wieder viel zu tief rein. Okay, so. Bist du ein Feind? Da ist ein Feind. Ey, teammate. Das ist wie in Multiplayer, ne? Ich sterbe und erhole den Kill dann nach einer halben Sekunde später. Weg hier. Lass mich hier durch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. Noob Cube. Alter. Alter, 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 alter. Oh, 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 oh. Das wird hart. Das wird sehr hart. Ich habe ihm fast gegeben, aber das war nicht möglich, glaube ich. Das Timing kriege. Ja, und dann bin ich wieder down. Krass. Ganz gechillt hier hoch. Ganz gechillt hier hoch. Oh, die Jungs rechnen ja mit gar nichts hier. Nein. Nein, ja, nicht selber naden. Oh, die Flash ist drin. Jetzt kann ich mir hier... Wahrscheinlich, oder? Da hat er nicht geflasht gewesen. Was war das? Wow. Er war doch eh schon getroffen. Als ob das jetzt noch einen Unterschied gemacht hat. Ja, komm raus. Ich hole dich raus. Ja. Oh. Eine Atombombe einfach. What the fuck? Alter, krank. Alter, hier ist gerade echt krankes Zeug passiert, ne? Okay, Leute. Mit dieser Explosion würde ich sagen, war es das erstmal für heute. Wenn es euch gut gefallen hat, lasst gerne ein Like dafür da. Wie gesagt, bei 12.000 Likes kommt die nächste Episode. Ich bin dann raus für heute und sage, haut rein. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.